Weiter geht es mit WWE 2K22 MyRise Ich hoffe du bist wieder mit dabei Ja Leute, nach einer langen Corona-Krankheitspause bin ich wieder weg, ich bin noch nicht ganz fit aber so, dass ich wieder reden kann Und ja, Leute, bevor wir anfangen abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und guckt unten in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt Und Leute, was ich auch sagen wollte, ist Ja, ich habe schon, bzw. ich weiß nicht, ob ich das Fehler nennen kann aber ich habe auf jeden Fall sehr wichtige Sache verpeilt Ich konnte gegen DX und so antreten, aber ich habe die Übersprung gehabt Aber naja, gucken wir, dass wir jetzt ähm, dass wir jetzt nichts mehr auslassen Tut mir leid, wenn ich husten muss währenddessen oder meine Nase immer hochzieht Ja, stimmt Der ist mein Gegner, irgendein Ding erwartet 3-on-1-fall-Match oder so oder 2-on-2, irgendwie sowas Ich finde, ich spügel Ah, nein Und ein 2-1-Ginger Ah, nein Aber was hat gesagt, ich fehlt Leute, ich muss nur ein bisschen reinkommen Alter, mein Leben ist ja schon übel, Knockout Day! Ich hatte mein Dinger geändert gehabt, mein Finisher und mein Signature, ich weiß nicht Ich weiß nicht ob es sich fern das hat oder nicht Übel kommt hier Ich mach echt brutale Moves, Alter Nein nein, ich hasse diesen, der dauert übel lang, Alter Ich kann nicht gucken Ich kann nicht gucken oh ja das hat sich glaubt das funktioniert glaubt jetzt das ist ein anderes natürlich das ist nicht das ist nicht vor das auch zwar wo wir es nur anders gemacht ok gut ich habe es funktioniert perfekt soll ich nochmal machen krank alter Aber diesmal hat es mein Moveset wenigstens, danke mir Nein, ey, wieso mach ich andauernd diesen Move, ey Ich bin langsam wieder drin Normal paar Kicke wie an die Beine so Eigentlich könnte ich auch normales Abmüchen benutzen bis sonst zu enden, aber Scheiße, man, der war doch fast wie normal, der Ja, der war doch mal 2-4 2-4 1-4 Oh, das ist vorbei. Valiant effort, aber er hat endlich zu erzeugen. Und du kannst dieses Singles-Match in den Bucks. Hier ist dein Winner, The Destroyer. Ich bin noch in Schock. Das war definitiv ein grüßiger Match für alle competitors. Putting dein Körper auf der Linie, ist ein riesiger Risiko. Dieses Match könnte sehr anders sein. Guten Willkommen. So was trinken? Geil. Drei Amigos. Das ist die Story abgeschlossen. Am Markthausen. Worte. Ich will mal in den Dünger gehen. Zu... dem Bild. Ladezeit, ne das ist übel heftig. Was ist das? Corey Klein. Hey, did you hear about Jimmy Uso's injury? Hm. Hm. Yeah, but... What does that have to do with me? Now his wife Naomi needs a new partner in the Mixed Match Challenge Tournament. As a reminder, the winners get to be co-GMs of Smackdown for one night. So are you interested in taking his place? As much as I'd love to do your job for a night, I'm gonna focus on other things right now. ich hab doch nicht mal was genommen. Fair enough. Nein man, ich wollte den Job annehmen, aber das ist voll schnell. Ey, Mann, nein, ich will den Job annehmen. Hey, did you... Yeah, now is white. GM for the night? Alright. Alright, I'll make it official. And you should probably go talk to your new partner, when you get a chance. Ersatzpartner. Ich bin dabei, Alter. Hier gibt's so unterschiedliche Sachen, was interessant ist. Aus dem Grund will ich wirklich alles machen. Am Anfang hab ich den Fehler gemacht. Neh, Naomi. You better not screw this up for me. I have big plans for when I'm GM for the night. I wanna be GM too. So don't worry, I'll hold up my end of the deal. Oh, Alter, eine Nacht GM, Alter, krass. Doch, meine Frau, hör auf, ich wollte GM sein, aber wenigstens. Yeah, alles gut. Ich würde auch selbst GM sein, Alter, was geht. von von Ja, diese Ladebildschirmen sind halt immer die Besten. Let's go, Miso Maris gegen von von Naomi. Die nächste Konfteist ist scheduled für eine vor. Auf der Richtung. Mit 399 lb. Die Destroyer und Naomi. Sie vielleicht vielleicht Sie haben, Sie nicht. Alles gleich seid die Übelsten. Taktik und Naomi, krank gegen Miso Maris. Taktik und die Miso Maris. Difficult task für die erste Mal. Oh. Oh. Ja, Miso Maris und Saxton, ich würde sagen, dass sie sich sehr gut kennenlernen. Es wird eine große Herausforderung, um sie zu verletzieren. Es wird wie er hat lebe. Fertig. Miso Maris der nicht diese Hand. Achso, ich kann ja nichts mehr um mich schwiegen, gell? Ich bin zum ersten Mal, glaube ich, mit einer Neinschaft davor, mit dem ich die Alexa bin. Und Maris kann es aber aufklatschen. Bitte. Oder Miss. Miss. Klatsch mal ab. Schönen Schönen doch, Alter. Geiler Move. Aber natürlich, der Miss. Geht wieder mal übel ab. Wieso? eingeladen. Die Ein bisschen Ecken... Hä? Total ey... Was war Naomi? Das bin ich da? Ach komm... Genau, wenn ich Maurice zerfetzt hab, geh mal weg Warte, warte... Ich hab einfach den Winkelstück gemacht Naomi, was ist das? Ja... Konk! yes yes Perfekt, perfek, perfek. Wie lange geht diese Mixed Matchs überhaupt nicht? Ich weiß nicht, wie es hat. So geht es direkt weiter jetzt bis für das ganze Jahrzehnte. Ja, wäre geil. Mustatik und Naomi. Wie ist das? Jay Pierce. Jay Pierce. Hey, komm mal, ey. Nein, ich würde es mal, ey. So am I. A Cinderella run like this is what makes tournaments so great. Ughh. Brutal am Move. So eine Scherz. Ja, der lange Move, den muss ich wegmachen, ey. Der nervt. Scheiße. Ach komm. So wechselst du direkt, Alter. Ich glaube auch, irgendein Charakter, den man nicht kennt. Wechsel. Und jetzt ist die Chance. Oh, das ist die Bewegung. Oh, das ist die Bewegung. Oh, das ist die Bewegung. Das war gut. Oh, das ist die Bewegung. 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 Ich kann mit Naomi zwar den Mann treffen, aber mit dieser Taktik kann ich nichts machen. Ja, man, Joseph Jaddy ist krank, Alter. Ja, es geht so weit, Alter. Wie moat es, geht es total aus. Hä? Hä? Nein, Wuppet! Oder? Ey Mann, Alter! Ich hab noch ein Finisher. Oh mein Gott! Ihr habt das gesehen leute, richtig krass. Einfach geil ey. Und es geht noch weiter und weiter und weiter. Wenn es jetzt noch ein Kampf ist, dann würde ich das auch noch machen. Ansonsten... Nur noch ein Sieg. Okay, komm, das machen wir noch. Solche Schmuck, ey. Nehmt euch ein Zimmer. Alter, alter Askel. Wie Jams sind, dass wir uns alles erlauben können, was wir wollen. Also, Matcharten und so weiter, solche Sachen. Was ich nicht denke, aber... Ja, komm, noch ein Kampf, let's go, alter. Gegen wen? Na, dafür hat sie die so große Klappe. In Nakamura habe ich dich nicht voll fertig gemacht gehabt. Im Performance Center. So was hat sich im Kopf, glaube ich. Ich hasse es, wenn es nicht klappt, ey. Fühlt doch mal, ey. Wir haben grad angefangen, alter. Köy-Auska. Oh, Askel macht ein WG-Auska. Oh, Askel macht aber halt Loose-Auska. Oh, Askel macht einen WG-Auska. Schöne mal jetzt, Alter. Och, übel geiler Move. NEIN NICHTIGER MUSS Das betäubt aber übel schnell glaube ich Kürich Vex Lite Vecksi saas venisch Vexика Snipe zweites Nücher Nein, nein, nein! Ey, was hat er denn... Ich bin sicher, muss ich es kommen. Ich bin auf Doppelteam. Oskar ey, Mann, Murug. Ja, Mann. Jetzt, wir werden bis kurz. Was? Was? Äh, Neumi noch mal von vorne. Hey. Oh, Pumvudyang bei Smurukai. Ja, genau. Komm jetzt. Gut, da steht sogar, du musst es gehen nach Murug. Und jetzt noch mal von vorne. Ich hab keinen Finisher. Ey, stimmt. Ich soll meinen Finisher ausgewichen. Ja, der weicht immer aus, Alter. Alter. Ich bin doch gerade ausgewichen. Schön, doch. Alter. Ey. Guck mal wieder. Ey, na, guck mal, richtig so nicht auffallen, ey. Alter. Duh! Üüüü Sinne kanssa gebruik Suck, Suck, Suck Okay, Javi Suck, 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 Suck Geh mal da weg, Mann Fertig, Alter Ja, Leute, ich hab's so verpeicht, dass ich Shinji Nakamura einfach nur pinnen muss anstatt Zur Aufgabe, beziehungsweise, oder? Das ist so dumm, einfach Für eine Nacht GM sein? Warum nicht, ey? Glückwunsch an meine wunderbare Frau 100% Aber Leute, das war's mit der Folge Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da Und guckt unten in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt Hade